Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Und ja, ihr lest richtig Ripple mal wieder mit einem Teilsieg vor Gericht gegen die SEC. Die Berufung wurde abgeschmettert, abgelehnt von der Richterin Taurus. Was das bedeutet und wie weit die Tragweite ist, das werden wir uns gleich im Detail anschauen. Außerdem sind die Ethereum Futures in den Start gegangen. Wir werden das mal Revue passieren lassen. Satoshi Nagamoto ist mal wieder aufgetaucht. Es gibt eine uralte E-Mail, die aufgetaucht ist von ihm. Und angeblich hat auch ein Twitter-Account von Satoshi sich zurückgemeldet. Und dann natürlich die Hauptstory heute, die ganze Geschichte um Ripple. Wir werden uns mal die Meinung von Jeremy Hogan anschauen. Wir werden uns einige weitere Rechtsexperten anschauen und auch die Meinung von Johnny Deaton einfließen lassen. Heute wird es auf jeden Fall unheimlich spannend, Freunde. Ich freue mich schon drauf. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, Freunde, lasst uns gar nicht so viel Zeit mit den Zahlen verlieren. Denn es gibt, wie gesagt, aufgrund der News sehr, sehr viel wichtigere Themen. Aber Bitcoin hat kurzer Zeit mal die 28.000er Marke geknackt vor ein paar Tagen. Und jetzt sind wir einigermaßen deutlich über der 27.000 Dollar Marke. 5% der Plus. Der Oktober ist wie ein Abtober würdig gestartet. Und wir werden mal gucken, wie es weiterläuft. Passend dazu werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Ethereum Futures. Die sind ja gestartet und ich habe euch ja prophezeit, dass dann, wenn alle irgendwie einem bestimmten Event hinfiebern, in diesem Fall eben diesen Futures ETF, dass man da nicht allzu viel von erwarten sollte oder erhoffen sollte. Genauso ist es auch gekommen. Die ganz große Enttäuschung blieb zwar auch aus, aber insgesamt wurden nur 1,7 Millionen Dollar wert gehandelt. Das ist natürlich extrem ernüchternd. Das noch in einem relativ großen Hype, zumindest was das Internet betrifft. Aber so ist es halt. Ich persönlich muss auch sagen, ich sehe auch offen gesagt jetzt nicht die ganz große Hürde für die institutionellen Investoren, wenn sie sich denn für das Thema Ethereum interessieren, warum sie nicht an den ganz normalen Börsen Ethereum kaufen sollten. Klar ist das ein großes Thema bezüglich dieser ganzen Verwahrgeschichte. Aber man kann eben davon ausgehen, dass dieser Futures ETF, der hier eigentlich nichts anderes ist als ein Derivat, dass das eben auch nicht so das ganz große Vertrauen gibt. Ich denke, etwas positiver würde da schon ein Spot ETF laufen. Aber der ist eben noch nicht spruchreif, weder bei Bitcoin noch bei Ethereum. Obwohl einige jetzt schon angefangen haben, über einen Ethereum-Spot ETF zu diskutieren. Solange der nicht da ist, glaube ich nicht, dass wir weltbewegende Veränderungen erleben werden. Trotzdem behalte ich das Ganze mal für euch im Auge. Ja, ganz kurz vielleicht dazu. Uralte E-Mail von Bitcoin-Gründer Satoshi Nagamoto aufgetaucht. Eine bisher unveröffentlichte E-Mail des unbekannten Schöpfers gewährt dann Einblick in dessen Inspiration und Bitcoins frühe Tage. Das ist übrigens witzig. Mindestens einmal im Jahr taucht irgendwie eine alte E-Mail auf von Satoshi oder er meldet sich, wie wir gleich sehen werden, plötzlich bei Twitter zurück. Oder es wird ein uralt Wallet bewegt und ein Wal wacht wieder auf nach vielen, vielen Jahren des Winterschlafs. Aber so wird es wenigstens nie langweilig und wir gucken uns das Ganze mal an. Bis heute ist die wahre Identität von Satoshi ein Mysterium. Die wenigen Anhaltspunkte zu seiner Person, E-Mails und Forum-Beiträge, die er bis zu seinem Verschwinden im Jahr 2011 verfasste. Eine jüngst aufgetauchte E-Mail offenbart nun mehr über die zuvor wenig bekannte Entstehungsgeschichte von Bitcoin. Es ist das älteste bekanntes Schriftstück des Bitcoin-Gründers, eine Nachricht vom 22. August 2008 an einen gewissen Wei Dai. Dai arbeitete seinerzeit bereits 1998 an einem digitalen Bargeldsystem namens BeMoney. Offenbar wurde Satoshi davon inspiriert, was auch die E-Mail bestätigt. In dieser fragt der Bitcoin-Gründer nach dem Veröffentlichungsdatum der BeMoney-Seite, um sie in seinem bald erscheinenden Werk zitieren zu können. Wenige Monate später, am 31. Oktober 2008, veröffentlichte dann Satoshi das White Paper zu Bitcoin. Einen ersten Entwurf davon fügte er der Mail an Dai hinzu. Ähnlichkeiten zu BeMoney. Der Gründer von Hashcash, Adam Beck, hatte Ähnlichkeiten in der Arbeit von Satoshi und Dai erkannt und den Bitcoin-Gründer zu BeMoney gebracht, wie es in der Mail heißt. Satoshi sei sehr interessiert an Dais Projekt und war nach eigenen Angaben kurz davor, ein White Paper zu veröffentlichen, das Dais Idee erweitert und in ein funktionierendes System umwandelt. Der Titel seiner Veröffentlichung würde lauten, elektronisches Geld ohne eine vertrauenswürdige Drittpartei. Sehr interessant auf jeden Fall, falls es euch für die ganze Mail interessiert, werde ich das Ganze verlinken. Parallel dazu ist fast zeitgleich bei Twitter auch wieder der Account Satoshi Nakamoto aktiv geworden und hat folgendes rausgehauen. Bitcoin ist eine Prädikatmaschine. In den folgenden Monaten werden wir verschiedene Aspekte untersuchen, die nicht explizit im White Paper enthalten sind. Diese Aspekte sind alle Bestandteil von Bitcoin und wichtig. Einige dieser Ideen wurden in den Anfangsjahren angesprochen, jetzt ist es an der Zeit, es zu extrapolieren und zu erklären. Einige Spekulanten glaubten darauf hin, dass der von Craig Wright kreierte Bitcoin Satoshi Vision damit gemeint sein könnte. Der hat einen ordentlichen Aufschwung erlebt, aber das Ganze wurde bereits von mehreren Seiten dementiert. Viele meinten, dass Sal wohl irgend so ein komischer Fake-Account, irgend so ein Wannabe, der sich einfach nur Satoshi nennt und der wohl irgendwie mit Craig Wright zusammenarbeitet. Die Art und Weise, wie das hier geschrieben ist, wäre wohl auch nicht der Style, den Satoshi normalerweise an den Tag legt. Naja, ihr habt es auf jeden Fall mal gesehen. Wenn ihr euch auch dafür interessiert, findet ihr das Ganze bei Twitter. Apropos Kursanstiege, wollte ich mal mit euch über Wall Street Memes sprechen. Das Projekt hatte ich ja mittlerweile vor einigen Monaten mal mit euch besprochen, habe ich irgendwann mal entdeckt, fand ich ganz interessant. Und wir sehen momentan eine relativ schöne Entwicklung. Wenn wir uns mal die letzten sieben Tage anschauen, hatten wir in der Spitze knapp siebeneinhalb Cent, da der Einstieg so zwischen 2 bis 3 Cent war, also Gratulation an all diejenigen, die sich für Wall Street Memes interessiert haben und vielleicht sogar investiert haben, Gratulation. Hier nochmal eine Information, die ich heute bekommen habe, und zwar werden die wohl heute ein weiteres Listing durchführen, und zwar bei Gate.io und Coin.w. Also die haben jetzt mehrere Listings bereits bei OKEx, die sind bei MC Global, CoinEx, BingEx, LBank, BitMart, ATX. Also läuft doch auf jeden Fall. Wo wir gerade über ISO sprechen, habe ich ein weiteres spannendes Projekt entdeckt, das will ich euch heute mal kurz vorstellen. Und zwar habe ich hierzu auch unter anderem einen Artikel bei Finanzen.net gefunden. Die Rede ist von BTCMTX. Dieser Mining-Coin bietet Chancen für Anfänger und Kleinanleger. Beim Mining geht es um Schürfen, das Ganze auf Proof-of-Work, also auf der Bitcoin-Blockchain läuft das Ganze auf Proof-of-Work-Basis, bei dem Miner mit ihrer Rechenleistung nach der Lösung eines mathematischen Rätsels suchen. Im Gegenzug erhalten sie dann sogenannte Block Rewards. Wir wissen, das Ganze ist in Deutschland aufgrund seiner hohen Energiekosten einfach total unrentabel und dementsprechend machen das die allerwenigsten in Deutschland. Aber mit diesem Projekt BTCMTX soll das Ganze jetzt umgangen werden und zwar läuft das Ganze in Form von Cloud Mining. Cloud Mining, ein eher verrufendes Thema. Dabei geht es darum, dass man quasi jemand anderen Energie aufbringen lässt und sich quasi nur an so einem Pool beteiligt. Man investiert beispielsweise in den Pool Summe X und kann dann eben am Erfolg dieses Mining-Pools partizipieren. Nachteil, es ist sehr undurchsichtig, sehr viele Leute verlieren dort ihr Geld und allermeistens gehen diese Cloud Mining-Farm früher oder später pleite und man sieht sein Geld nie wieder. Aber dementsprechend fand ich dieses Projekt hier sehr interessant. Das Prinzip hier ist ziemlich cool und zwar macht man bei der ICO mit. Ihr seht, momentan sind wir hier bei 1,1 Cent pro Einheit. Also ein BTCMTX liegt bei 1,1 Cent. Man kauft diesen Token, dann geht es irgendwann los. Der Token wird gelistet und gleichzeitig hat man dann die Möglichkeit, diesen Token zu staken. Hier sieht man schon mal eine Übersicht, wie das ganze Dashboard denn aussehen soll. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt dann eure BTCMTX nehmen, sie staken, also für einen gewissen Zeitraum versperren und als Belohnung für staken bekommt ihr dann keinen neuen BTCMTX, sondern ihr bekommt Cloud Mining Token. Und mit diesen Cloud Mining Token könnt ihr dann theoretisch eben Bitcoin minen in diesen Cloud Mining-Farm ohne großes Risiko, ohne dass ihr irgendwie Gelder einzahlen müsst in irgendeiner Form, sondern ihr müsst lediglich eure gestakten Token burnen und habt dann eben eine gewisse Energie. Das könnt ihr euch dann auch ausrechnen und in diesem Beispiel hat man eben hier 100.000 solcher Token und kann damit dann wöchentlich 0,02 BTC generieren und die lasst ihr dann einfach auf euer Bitcoin Wallet gut schreiben. Also man macht bei der ICO mit, dann wird das Ding entweder gelistet und man hat vielleicht da eine gewisse Performance oder aber man kann dann eben die Dinger nutzen, damit staken und kann damit eben Cloud Mining Power generieren und die kann man dann einsetzen, um damit Bitcoins zu minen. Fand ich super interessant, aber ihr wisst es, ich bin immer etwas skeptisch, guckt mir dementsprechend ein paar Sachen tiefgründiger an. Unter anderem habe ich mir auch hier die Tokenomics angeschaut, denn das Schlimmste, was passieren kann bei einer ICO, ist das Ding startet und plötzlich hat das Team einen Großteil der Token und schmeißt die einfach alle auf den Markt. Das war auch der Grund, warum ich Wall Street Memes so gut fand, denn da hat das Team so gut wie keine eigenen Token und das sieht man ja auch zumindest bis hierhin ist das Ding relativ stabil gewesen, also nicht am ersten Tag direkt abverkauft worden. Und so ähnlich ist es hier auch bei den Tokenomics, 42,5% werden fürs eigene Mining eingesetzt, 35% Marketing, 15% werden für die Community eingesetzt und 7,5% werden fürs Staking eingesetzt. Also ihr seht hier nirgends den Reiter Team oder irgendwas in der Form, dass also die jetzt meinetwegen den Löwenanteil besitzen. Und was auch noch beim Thema Transparenz ganz interessant ist, ist dieses Thema und zwar haben die ein Audit von Coinsalt. Und Coinsalt ist bekannt dafür, dass sie unter anderem auch die KYC-Verifizierung der Entwickler haben, das heißt diejenigen, die dieses Projekt geschaffen haben, haben dort ihre Ausweise hochgeladen und sich verifiziert. Das heißt, wenn dieses Projekt in irgendeiner Form ein Scam wäre, dann würde jede Art von Betrug direkt zur Strafanzeige gebracht werden von diesem Audit-Dienstleister. Also natürlich ist auch ein solches Projekt, genau wie so viele ICOs da draußen mit Risiko behaftet, gerade im Bärenmarkt weiß man nie, wie so eine ICO laufen kann. Die letzten ICOs liefen aber doch verhältnismäßig ganz gut, man konnte einigermaßen gut den Bärenmarkt schlagen, von daher wollte ich euch das Ganze heute mal vorstellen. Und neben Finanzen.net haben auch Bitcoin-Magazin und viele andere Seiten bereits darüber berichtet, von daher werden wir das Ganze mal im Auge behalten. So, kommen wir jetzt aber mal zur Hauptstory, erneuter Teilsieg vor Gericht für Ripple. Ein US-Gericht lehnt den Einspruch der SEC gegen Ripple-Rechtsprechung ab. Das Hauptverfahren geht dennoch erst Mitte April 2024 in die nächste Runde. Ja, mittlerweile weiß man so gar nicht mehr, was man von dieser ganzen Geschichte halten soll. Man hört irgendwelche Schlagwörter und manchmal kommt es einem so vor, als hätte man einen riesengroßen Kessel, da drin wird einfach nur gerührt. Ja, und irgendwie ein neues Wort reingeschmissen. Letzt war es immer das Wort Berufung. Erst hieß es, die Berufung wird eingereicht. Dann hieß es, der Berufung wurde stattgegeben. Jetzt heißt es plötzlich, die Berufung wurde abgelehnt. Also am Ende ist man irgendwie genauso schlau wie vorher. Aber ich versuche mal so ein bisschen Klarheit da reinzubringen, wie ich das Ganze verstanden habe. Und mir werden dabei auch Jeremy Hogan und Johnny Deaton unter die Arme greifen, denn die haben bereits bei Twitter sehr interessante Beiträge dazu geteilt. Also, fangen wir vielleicht mal mit diesem Artikel an. Ein New Yorker Bezirksgericht hat abermals im Sinne von Ripple entschieden. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, lehnt die Bezirksrichterin Annalisa Torres einen Einspruch von Seiten der SEC ab. Hintergrund ist ein vorheriges Urteil, nachdem es sich bei XRP um kein Wert mehr abgehandelt. Das haben wir alle erlebt. Wenn es auf herkömmlichen Kryptobörsen gehandelt wird, der am gestrigen 3. Oktober eingereichte Einspruch richtete sich gegen die Rechtsprechung. Doch er scheiterte. Zwar ist die Entscheidung noch nicht ganz der große Wurf, da das Hauptverfahren am 23. April erst in die nächste Runde geht. Dann hat die SEC nämlich die Möglichkeit, das Gesamturteil zu ihren Gunsten anzufechten. Dennoch legt die XRP ein bisschen zu, was den Kurs betrifft. Aber ihr merkt schon, so ganz am Ende sind wir hier noch nicht mit der ganzen Geschichte. Es lief wohl wie folgt, so habe ich es zumindest verstanden. Korrigiert mich sehr, sehr gern, falls ihr da etwas genauere Informationen habt. Aber die SEC hat damals in den Raum geworfen, dass sie überlegen, eine Berufung einzulegen. Dieses Vorhaben, was die SEC hatte, hat die Richterin auch so weit formell genehmigt, denn jeder hat das Recht, Berufung einzulegen. Dagegen kann kein Richter was haben. Aber dann haben sie wohl offiziell die Berufung eingereicht und dann hat die Richterin sich das genau im Detail angeschaut. Auch die Punkte, auf die sich die SEC dort bezieht. Und hat dann festgestellt, dass diese Art der Berufung, die eingereicht wurde, so nicht gültig sein kann. Beziehungsweise, dass das sie in ihren Augen keinen Sinn ergibt und hat das Ganze abgeschmettert. Somit wurde die Berufung, die zunächst immer nur geplant war und die nur in den Raum geworfen wurde und dass man sie eingehen will, wurde jetzt wirklich auf den Papierweg gebracht und wurde jetzt von der Richterin Torres abgelehnt. Das heißt, wir haben nochmal jetzt einen zweiten dicken Strich unter diesem Satz, XRP ist kein Wertpapier. Ob es nun ganz am Ende so bleibt oder ob vielleicht noch die ganz große Kehrtwende kommt, das wird sich dann eben erst zeigen im April 2024. Dann geht es in die nächste Runde, wobei auch da wird es wahrscheinlich nicht ganz beendet sein, aber dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Bis dahin können wir auf jeden Fall festhalten, alles was die SEC bisher versucht hat, in irgendeiner Form gegen Ripple und diesen Gerichtsentscheid einzubringen, hat nicht geklappt. Und XRP ist definitiv das ganze Jahr 2023 und noch mindestens bis April 2024 als Nicht-Wertpapier einzustufen und es wird wahrscheinlich auch genauso bleiben. Und jetzt hole ich mir mal ein bisschen Hilfe von Jeremy Hogan und von Johnny Deaton und danach gibt es auch eine weitere geile Ripple-Neuigkeit, die heute fast untergegangen ist, aber dazu kommen wir gleich. Der Antrag der SEC auf einstweilige Berufung wurde abgelehnt. Das bedeutet, dass der Fall entweder im April vor Gericht kommt oder eingestellt wird. Und dieser Beschluss ermöglicht es Richterin, Teile ihres Urteils noch besser zu erläutern, was es für die SEC noch schwieriger machen dürfte, die Berufung zu gewinnen. Eine Katastrophe für die Agentur, das schreibt unser XRP-Anwalt Jeremy Hogan. Außerdem schreibt er, mir gefällt, wie die Richterin hier ihren Standpunkt klarstellt und gleichzeitig die SEC daran erinnert, dass die Spekulationen mit einem Rohstoff allein den Test nicht erfüllen. Es geht darum, diesen Howey-Test, sondern dass man sich auch auf die Bemühungen anderer verlassen muss, was die SEC nicht beweisen kann. Und zwar konnte die SEC nicht beweisen, dass die Leute, die XRP gekauft haben, wirklich XRP mit der Absicht gekauft haben, irgendwelche Ripple-Anteile zu kaufen. Sondern ganz im Gegenteil, ja, sie haben einen Profit erwartet, die Leute, die XRP kaufen, aber nicht, dass Ripple jetzt irgendwas dafür tut, sondern sie haben einfach gehofft, ich kaufe XRP zu Preis XY und hoffe darauf, dass er irgendwann, wenn ich ihn verkaufe, einen höheren Preis hat. Das ist eine typische Spekulation, hat aber nichts mit Ripple zu tun, sondern die meisten haben XRP einfach nur gekauft, weil sie dachten, cooler Crypto-Coin, der steigt bestimmt. Und nicht cooler Crypto-Coin, damit habe ich automatisch auch Firmanteile an Ripple und die sind sowieso ziemlich cool in San Francisco, deshalb kaufe ich das jetzt. Also diesen Zusammenhang konnte die SEC einfach nicht darlegen und dementsprechend wurde das Ganze jetzt eben abgelehnt. Auch interessant hier, ich glaube, ein weiterer Rechtsexperte, Ashley Prosper, Fußnote 5, wow, Richterin Torres bringt die SEC beim Howey-Test wirklich auf die Probe. Es stellt sich raus, dass der Pinsel nicht so breit ist, Gary Gensler. Hier wird auch nochmal das Ganze aufgeführt, was ich euch gerade erzählt habe, also es geht dabei darum, dass keiner XRP gekauft hat mit der bloßen Annahme, dass Ripple in irgendeiner Form den Profit bringt, sondern ganz einfach die Leute haben XRP gekauft, weil sie hoffen, dass ihr Einstiegskurs geringer ist als der Verkaufskurs, den sie dann irgendwann mal haben. Außerdem werden hier noch weitere Punkte aufgeführt, die Ethereum in Schwierigkeiten bringen könnten. Ich habe das Ganze mal für euch verlinkt, ich will es jetzt auch nicht unnötigerweise zu einer Anwaltsshow machen, aber auf jeden Fall, falls ihr euch Tiefgründige für die ganze Thematik interessiert, werde ich euch das Ganze bei mir bei Twitter einfach verlinken. Könnt ihr euch in Ruhe anschauen, da werden nämlich nochmal alle einzelnen Punkte aufgeführt, warum die Richterin im Detail gegen die Berufung ist und inwieweit das sogar Probleme für Ethereum bringen könnte. Denn eins muss man auf jeden Fall festhalten, es wird hier auch mehrfach geschrieben von diesen Rechtsexperten, dass nur weil sie jetzt dieses Urteil im Bereich XRP gefällt hat, dass das nicht automatisch bedeuten muss, dass alle Coins keine Wertpapiere sind, sondern es gibt hier einen speziellen Gerichtsprozess mit Ripple und der SEC und nur für XRP wurden jetzt alle Wertpapiervorwürfe vom Tisch geworfen. Alle anderen Projekte sind davon jetzt nicht positiv beeinflusst. Dementsprechend sind alle sehr gespannt, ob vielleicht doch irgendwann nochmal Ethereum-Gate zur Sprache kommt und irgendwann doch vielleicht nochmal Ethereum ins Visier der SEC gerät. Vielleicht ja mit einem Nachfolger von Gary Gensler und dann sieht es scheinbar nicht ganz so gut aus für Ethereum. Und Johnny Deaton hat auch nochmal etwas dazu geschrieben. Ich möchte hinzufügen, dass meine sehr schnelle Durchsicht ihrer Order unberührbar ist. Und ja, die von XRP-Inhabern vorgelegten Beweise tauchen auch in dieser Entscheidung erneut auf. Wie ich die ganze Zeit behauptet habe, basiert ihre Entscheidung auf den Fakten dieses Falls. Sie erklärte, dass sie nie gesagt habe, dass kein digitaler Vermögenswert jemals an einer Börse verkauftes Wertpapier sein könnte. Nur, dass XRP in diesem Fall kein solches sei. Und dass, obwohl einige XRP-Erwerber XRP zu Spekulationsfekten kauften, die SEC nicht beweisen kann, dass es sich um ein gebundenes Wertpapier in Verbindung mit Ripple handelt. Denken Sie daran, dass sich die SEC auf einen Experten verlassen hat und zwar auf die XRP-Hodler höchstpersönlich. Er spielt hier also auch nochmal darauf an, dass seine Amicus Curie-Arbeit, seine Unterstützung von Ripple vor Gericht und die ganzen XRP-Hodler, die quasi mit vor Gericht gezogen sind, dass es eben positiven Einfluss auf das Ganze hatte. Und das denke ich auch. Ich glaube, die XRP-Army hat gemeinsam mit Ripple hier der SEC mal wieder einen von Latz geknallt. Die SEC hat in diesem Jahr zumindest, was wir so öffentlich mitbekommen, schon ganz schön viele Sachen verloren. Gefällt mir doch schon wieder. Und zu guter Letzt nochmal eine Nachricht, die heute fast untergegangen wäre. Ripple erhält behördliche Zulassung in Singapur. Die Niederlassung von Ripple Singapur hat einen wichtigen Meilstein erreicht. Nach einer vorläufigen Genehmigung im Juni hat die Monetary Authority in Singapur der Tochtergesellschaft von Ripple in der Region nun eine behördliche Lizenz erteilt. Dies ist ein bedeutender Erfolg, der es Ripple ermöglicht, seine digitalen Zahlungstokendienste in einem schnell wachsenden asiatischen Finanzzentrum weiter anzubieten. Mit dem Erhalt der Lizenz unterstreicht Ripple sein Engagement für die Einhaltung regulatorischer Standards, insbesondere in einem Umfeld, das sich der Bedeutung digitaler Vermögenswerte zunehmend bewusst wird. Und die ganze Geschichte wurde offiziell von Ripple gepostet. Also alles in allem dürfen wir sehr zufrieden sein mit der letzten Entwicklung. Und zusammenfassend können wir sagen, auch wenn es sehr viel Hate gibt und auch wenn der Kurs vielleicht noch nicht ganz die Bereiche erreicht hat, die wir uns alle erträumen, ist XRP Stand heute und zumindest bis April 2024 das einzige regulierte Crypto-Asset da draußen. Und ich denke mal, die ein oder andere Institution wird sich immer weniger schwer tun, jetzt auch in XRP zu investieren. Und würde mich gar nicht wundern, wenn ein XRP-Spot-ETF noch vor dem Bitcoin- und Ethereum-ETF käme. Ja Freunde, schreibt mir, wie eure Gefühlslage ist. Seid ihr happy? Seid ihr durchwachsen mit euren Gefühlen? Oder wie genau sieht es bei euch aus? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall wieder fit. Ich freue mich, dass alles so gut läuft momentan. Der Uptober zeigt sich bisher zumindest von seiner besten Seite. Bin mal gespannt, was die nächsten Tage im Oktober noch so bringen. Wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!